So, hier haben wir einen von unseren Sponsoren, Gebäudeteinigung Wagner. Dein Name ist? Steffen Wagner. Steffen. Jawohl. Hier P6 Cup das erste Mal dabei dieses Jahr, oder? Das erste Mal dabei. Wie sieht es denn aus gerade? Nicht ganz so rosig. 11-2, 10-0. Ja gut. Zwei verloren. Drei verloren. Schade. Vier verloren. Egal, dabei sein ist alles. Auf jeden Fall, es ist ein Hammer Gaudi hier. Heute im Benazogu-Welt. Wir leben von einer Grußbox. Du kennst das Ganze. Du darfst Leute grüßen. Dann grüße ich komplett meine ganzen Mitarbeiter. Komplett Pirmasens, Zweibrücke, Landau und so weiter. Also auch überregional tätig. Alle aus Kaiserslautern natürlich. Und ja, alle die uns kennen und unsere Kunden. Okay, wunderbar. Und das komplette P6 Team. Dankeschön. Steffen Wagner von Gebäudeteinigung Wagner. Zurück ins Studio.